Diese Folge wird dir präsentiert von Amorelie, deinem Sexshop für Premium-Sex-Tolls zu fairen Preisen. Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo und herzlich willkommen zu Oh Baby, dem Podcast für besseren Sex. Ich bin die Leo. Ich bin die Josi. Ich wollte es mal ein bisschen abwandeln. Ich verkneife mir schon die ganze Zeit mein Lachen. Ich sage euch auch gleich warum. Auf jeden Fall ist das hier eine lange Folge und es geht ums Thema Sexting. Für alle, die nichts damit anfangen können mit dem Begriff, es geht so ein bisschen darum, versaute Videos zu schicken oder Textnachrichten, um die andere Person heiß zu machen. Da haben wir natürlich euch, liebe Community, auch auf Instagram befragt dazu. Und da Oh Baby Podcast oder Oh Baby unterstrich Josi. Was ihr da so geschrieben und gevotet habt, das gibt es später in der Sendung. Und jetzt fangen wir dann erst gleich mal mit unserem Kram an, unserer Meinung zum Thema. Aber warum ich so lachen muss. Leo ist heute total wir. Bevor wir aufnehmen, wir ratschen ja immer noch mal so kurz so ein paar Minütchen. Und ihre Theorie, warum sie heute ein bisschen durch den Wind ist, weil sie Cinny-Minis gefrühstückt hat. Cinny-Minis. Zucker. Du willst mir doch nicht erzählen, du bist eine fucking erwachsene Frau, dass du von so einer Portion Cinny-Minis irgendwie einen Zuckerrausch kriegst. Hast du das nicht, wenn du was, also ich konsumiere nicht so viel Zucker, was ein bisschen traurig ist, weil ich bin sehr weit davon entfernt, schlank zu sein. Aber ich merke das sofort, wenn ich morgens so Süßkram esse. Ich bin da richtig so, wow. Du nicht? Ja, aber nee. Das ist eine psychologische Einbildung, könnt ihr uns gerne mal schreiben, wenn das gar nicht stimmt. Ich glaube, das bildest du dir ein. Du bist ja nicht mehr fünf. Dass dein Körper sich so denkt, oh mein Gott, Zucker, was ist das? Naja, wenn du abends um acht noch dir irgendwie Liter Cola reinpfeifst, dann bist du ja auch bis fünf Uhr morgens wach, oder? Aber sagen wir es mal so, ich habe jetzt passenderweise am Hintergrund eine Berglandschaft eingestellt hier. Die ist jetzt beruhigend für alle Anwesenden hoffentlich, also uns beide. Also mich? Und ja, ich muss übrigens noch vor die lustige Geschichte erzählen aus den Nachrichten von der Community. Da hat eine Hörerin geschrieben, ja, wie bei dem Typen neulich mit dem Nextrum. Ich hoffe, der hat noch einen hochbekommen. Und ich war so, Nextrum? Nextrum. Ich war so, okay, das ist ja auch, ist das wieder irgendein neues Ding, von dem ich nichts weiß? Kann ja ein Plug sein, kann ein Vibrator sein, kann eine neue Sextechnik sein. Ich gegoogelt, kam mich auf irgendeine Schraubenfirma. What? Weißt du, so eine mittelständische Firma mit einem Weltpatent. Und dann habe ich ihr geschrieben und habe so gemeint, naja, was meinst du denn? Also sie hatte sich nur vertippt, es sollte Sextraum heißen. Aber ich habe mindestens zwei Minuten meines Lebens zusammen verbracht, schön nachzugucken, was sie meinen könnte. So investiert sind wir in euch, wenn ich die Nummer kurz erzähle. Mich würde übrigens noch interessieren, ob auf dem großen Kanal noch irgendwas zum Thema Wilson angekommen ist. Ich weiß, die Folge ist schon ein bisschen her. Aber wir müssen euch ja auch immer so ein bisschen Zeit geben zum Hören, zum Schreiben, dass das auch immer ein bisschen sackt. Kam da was? Bei mir kam nämlich was. Ja, sag erst mal du, wie viele Nachrichten hast du wirklich? Und sag nicht ein paar, sag jetzt, ob es zehn oder zwanzig waren oder fünf. Ich sag's ehrlich, es waren eher so fünf. Und da war unisono, natürlich kennen wir Cass dabei und natürlich kennen wir Wilson und die Meinung war, dass du einfach zu jung bist, um das zu verstehen. Das ist ein valider Punkt. Müssen wir das eigentlich noch erklären für alle, die die Folge nicht gehört haben? Da ging es ja um Periodensex und da habe ich ja gemeint, genau, und da hatten wir so eine Geschichte von einem, der hat eine Frau Doggystyle genommen und hatte dann auf einmal so ein Blutbart unter sich. Und dann habe ich mir so ein Späßchen erlaubt und habe gesagt, wenn du da jetzt so eine blutige Hand der Frau einfach so auf den Arsch knallst, ja, dann würde das ja aussehen wie Wilson. Der Volleyball, der blutverschmierte Volleyball von Tom Hanks in Castaway. Und ich habe es nicht verstanden, was zu einer sehr lustigen Situation geführt hat, wo viele Leute drüber gelacht haben. Das wurde auch geschrieben. Und dann haben wir mal gesagt, ja, schreibt halt an ohbabypodcast oder ohbaby-josi auf Instagram, ob ihr es verstanden habt. Und es haben mir auch so zehn Leute geschrieben, die haben gesagt, sie haben es sofort verstanden. Eine, hallo, eine Person hat aber auch geschrieben, sie hat es auch nicht gecheckt. Und also, ich habe zumindest eine von unseren mehreren tausenden HörerInnen auf meiner Seite. Ich bin sehr, sehr stolz auf euch, meine lieben Leute. Sehr, sehr stolz. Ihr versteht mich. Versteht ihr? Ihr versteht mich. Mein Humor. So, und jetzt müssen wir mal hier zum Thema kommen. Oder? Sex-Ding. Ja. Weißt du, was mir aufgefallen ist? Es ist ein Männerthema. Warum? Wir haben schon sehr lange nicht mehr so viele Männer auf den Community-Aufruf auf Instagram geantwortet. Ich war ganz baff. Haben wir es ja richtig erwischt. Das ist nämlich eigentlich mein Thema, möchte ich mal sagen. Periodensex war ja eher so deins. Du hast Sex in der Periode, ich nicht. Und beim Thema Sex-Ding, äh, in der Periode, beim Thema Sex-Ding, das haben wir in der Vergangenheit schon öfter festgestellt, dass das nicht so dein Kram ist, aber halt voll meiner. Und ich habe da auch eine Theorie dazu. Du bist der Mann in unserer Beziehung? Gute Frage. Wer ist der Mann in unserer Beziehung? Also ich meine nicht, dass wir sexuell eine hätten. Unsere ist ja eher freundschaftlich, aber... Nee, wir haben keine sexuelle Beziehung, falls jetzt hier irgendwer uns was andichten will. Nee. Ich wurde nämlich auch gefragt, ob ich mir einen Dreier mit dir und einem anderen Typen vorstellen könnte. Da habe ich gesagt... Nein. Hey, komm. Kannst du wenigstens mal fünf Sekunden über die Scheißfrage nachdenken? Ah ja, das ist auch so typisch du, dass du dann wenigstens so... Fühlt sie sich sofort angegriffen? Ja, natürlich. No fucking chance. Also schau, da ist sie wieder mehr die Frau. Nee, wobei angegriffen fühlen sich auch sehr viele Männer. Ich wüsste es nicht. Ich glaube, wir sind in... Das ist bei uns so fließend. Manche Punkte bin ich ein bisschen männlicher. Wir sind gender fluid. Weißt du. Ja, so weit will ich jetzt auch nicht gehen, aber... Also... Deine Theorie, Entschuldigung. Ich habe dich jetzt tot gelabert gerade. Bevor ich zur Theorie komme, ich bin der Mann in der Beziehung. Punkt. Okay. Ich bin dominant im Bett und du eher unterwürfig, möchte ich dazu nochmal kurz sagen, aber hey ho. Auch das passt voll ins Schema. Okay. Ja, ich bin eher die toxische Männlichkeit in der Beziehung. So, jetzt muss ich aufhören, bevor ich mich um Kopf und Kragen kriege. Dazu sage ich jetzt nichts. Und ihr wollt Sex. Pimmel-Gepimmel. Auf jeden Fall ist meine Theorie zum Thema Sexting folgende. Warum das nicht so sehr dein Ding ist. Du bist ja sehr ein direkter Mensch. Mhm. Du benennst die Dinge ja so, wie sie sind. Und du hast ja auch kein Problem, wie alle Zuhörer und Hörerinnen wissen, dem Partner im Bett auch mal zu sagen, Alter, was machst du da? Hör mal auf mit dem Scheiß. Mach mal lieber so. Ja? So, und jetzt komme ich kleiner Mensch hier reingeritten und ich tue mir mit dem Thema ja trotz des Sex-Podcastes immer noch schwer. Also so, ich kann inzwischen gut über Sex kommunizieren und auch über meine Bedürfnisse sprechen, aber das war ja ganz lange nicht so. Und da kommt Sexting ins Spiel, weil das ist so ein Ding dazwischen. Du musst es der anderen Person halt nicht direkt sagen, sondern kannst es über dein technisches Device machen. Da kannst du nicht nur anheizen, indem du Bilder schickst oder Nachrichten schickst, sondern du kannst ja auch so Wünsche formulieren und die kommen dann halt so verrucht daher. Ja, und das hat mir schon das ein oder andere Mal schön Sex beschert, ohne dass ich das so richtig ansprechen musste. So, Dude, mach mal was anders. Das ist ein bisschen wie so eine Einkaufsliste, klingt das gerade für mich so wie so eine Anleitung im Voraus. Ja, aber halt in sexy, verstehst du? Das ist eigentlich für mich eine Win-Win-Win-Situation, weil du kannst Wünsche formulieren auf eine sexy Art und Weise, die bei dem anderen eher so als, uh, die will mich heiß machen, ankommt. Ja. Und ja, der andere findet es halt auch noch geil und sexy, hat Sex im Kopf und dann bekommst du, wenn es gut läuft, was du willst. Hast du das Gefühl, dass du das eher Männern schreibst oder hast du das auch schon erlebt, dass Männer dir das geschrieben haben? Eher. Oder bist du immer mehr so die Initiatorin? Ist das das richtige Wort? Ja, das ist das richtige Wort. Sowohl als auch. Also ich habe, sowohl als auch. Ich habe, wenn das noch nicht in einer Beziehungsform war, eher die Erfahrung gemacht, dass Männer damit anfangen. Und dann habe ich aber immer super gerne mitgemacht. Und in der Beziehung selber, da sind ja, also ihr könnt mich gerne, gerne schreiben, könnt ihr mir und sagen, nee, das ist überhaupt nicht so. Mein persönlicher Eindruck aus den letzten 40 Jahren, die ich auf dieser Erde wandle, ist, dass wenn Männer erstmal in einer Beziehung sind, dass die sich dann erstmal schön gemütlich einrichten, ja? So, wenn die ganze Bumserei am Anfang erstmal vorbei ist, die Hormone rausgefögelt sind, dann machen die es sich gemütlich. Und dann… Wir vergeneralisieren hier gerade ein bisschen. Ja, ich sage ja, meine Erfahrung, meine Erfahrung. Und dann komme ich, dann komme ich mit meinen nervigen Sexnachrichten her. Weil ich will halt die Flamme am Lodern halten. Und dann kommt, das ist meine Erfahrung, dass von Männern dann echt nach einer gewissen Zeit dann da nichts mehr kommt, aber die freuen sich dann, wenn sie so eine Nachricht kriegen. Ich finde das so lustig, weil ich trotzdem… Die Vorstellung, dass ich das aufschreibe, ist mir peinlich. Warum ist mir denn sowas peinlich? Hier ist doch sonst nichts peinlich. Im Bett, aber… Ja, eben. Ich finde das irgendwie, diese Vorstellung… Weil ich finde das so lustig, weil ich finde es nicht so schlimm. Das ist so wie mit Arbeits-E-Mails. Pass auf. Das ist nicht weit hergeholt. Es gibt Dinge, die muss man in der Arbeit verbal machen, weil es nicht so gut ist, wenn sie geschrieben sind in einer E-Mail. Ja. Weißt du, was ich meine? Ich hoffe, die HörerInnen. Ist übrigens ein mega guter Tipp für junge Leute, die anfangen zu arbeiten. Es gibt Dinge, die sollte man nicht niederschreiben. Und so habe ich das Gefühl irgendwie auch. Ich finde meine Fantasien und meine Aussagen auch so zum Beispiel, jetzt fixst du mich heute mal richtig von hinten, finde ich, wenn ich das vor mir habe gelesen, viel krasser, als wenn ich das im Bett jemandem ins Ohr schüßte. Oder davor, ja? Ich denke mir dann so, der kann das ja jemandem zeigen. Uh, da kommen wir natürlich zu einem ganz wichtigen Thema. Da möchte ich dann später noch etwas ausführlicher drauf eingehen. Aber ich finde das überhaupt nicht so, weil du liest das ja in deinem, du liest das ja in deiner eigenen Sprache, mit deiner eigenen, ja, Formulierung, ja? Ich finde das, gesprochen finde ich es viel härter. Und der Vorteil ist ja, wenn man zum Beispiel auf WhatsApp schreibt, da hat man ja ganz oft das Problem, oder einem anderen Messenger-Dienst, wir machen hier keine Werbung, du hast ja ganz oft das Problem, du schreibst was und der andere liest das dann, so wie er das für sich interpretiert. Der unterstellt dir eine gewisse Formulierung, Intention, die du vielleicht gar nicht hattest. Da entstehen ganz schnell Missverständnisse. Beim Sexting ist das in der Regel nicht so. Du kannst dir ein paar Emojis oder eigene Bilder, die du gemacht hast, kannst dir ja zur Hilfe nehmen und da ist die Message klar. Ja, es geht hier um Sex, ja? Also da musst du schon arg auf der Brennsuppe nachher geschwommen sein, wenn du das nicht kapierst, wenn dir die andere Person eine Aubergine oder ein Pfirsich schickt, ja? Also da lebst du halt in einer anderen Welt, wenn du das nicht kapierst. Du denkst dir, ah, ich muss wohl mal wieder Obst einkaufen gehen. Nee, man kann sich drüber streiten, ob der Pfirr sich jetzt für eine Vagina steht, eine Vulva oder den Arsch. Aber die Message ist klar eigentlich. It's sexy time, you know? Okay. Ich hatte mal eine Geschichte mit einem Typen und das ist eine, die ist dramatisch geändert, weil am Ende rauskam, dass er eine Freundin hat. Du Sau. Und der hat das auf die, also den habe ich auf Tinder, glaube ich war das damals noch, aufgerissen, geswiped. Und ich hatte dann viel mit dem hin und her geschrieben und hatte auch was mit dem einmal und der hat mich immer so an der langen Leine gelassen. Also der hat dann immer so geschrieben, was machst du gerade, auf was stehst du eigentlich? Und dann hat der mich richtig, der hat mich genervt damit. Also das war wirklich irgendwie so, weil ich bin ja wirklich dann so, komm vorbei, wir vögeln, Punkt. Und der hat halt dieses Sexting so auf so eine, ja, aber ich muss mal gucken, ich weiß nicht, ob ich Bock auf deine Titten habe. Also das klingt total despektierlich. Nee, aber er hat das so, ich kann dir das nicht beschreiben, wie, ich weiß nur, dass das mich total aufgeregt hat. Das regt ja mich schon auf und ich war gar nicht dabei. Ja, wir hatten was miteinander und dann hat er irgendwie immer so gemeint so, ja, fandest du das eigentlich geil? Also er ist dann zum Beispiel das durchgegangen, was wir da gemacht haben. Also fandest du es geil, wie ich dich gefingert habe? Und dann meinte ich so, ja, können wir gerne nochmal machen. Und dann meinte er. Digitales Afterplay oder was? Genau. Und dann meinte er, ja, aber was fandest du denn daran so geil? Und ich so, ja, aber. Und dann, und ich so, ja, dann komm halt nochmal, machen wir es jetzt nochmal. Ja, aber was kann. Und ich so, ich weiß, ich war da im Ausland gerade auf Reisen. Der wollte halt, der wollte halt mit dir erotisch hin und her schreiben und du hast es halt nicht gecheckt. Genau. Und dazu passt er dann auch, was am Ende rauskam, wenn er so eine Freundin hatte. Der hat sozusagen so, das so für seine eigene Geilheit irgendwie benutzt. Und ich habe mich irgendwie benutzt gefühlt, ehrlich gesagt, jetzt auch so im Nachhinein. Der wollte halt quasi Telefonsex mit dir haben, nur eben per WhatsApp, per Nachricht. Und du hast es nicht kapiert oder bist nicht darauf eingestiegen. Aber jetzt mal ganz direkt gefragt. Hast du jemals von dir aus gesextet? Ne, wirklich, wirklich, also Hand aufs Herz. Ich habe da drüber nachgedacht in Vorbereitung auf die Folge. Ne, weder bei meinem Ex-Freund, noch bei meinem jetzigen Freund, noch bei meinen längeren Affären, One-Night-Stands. Ich war auch nie diejenige, die initiiert hat, so, auf was stehst du eigentlich? Manchmal, manchmal ist es ja so, dass du dann nicht bei Apps zum Sex verabredest und dann kam von Männern immer, hey, was stehst du eigentlich? So ein bisschen, um abzutasten, kann man härter werden oder nicht? Von mir aus ist das irgendwie nie gekommen. Auch nie mal ein sexy Bild verschickt? Ich habe noch nie ein sexy Bild von mir verschickt. Noch nie in meinem ganzen Leben. Leo, die junge Frau, die digitale junge Frau. Aber hast du das nicht manchmal, dass du so vorm Spiegel stehst? Ihr müsst euch das so vorstellen, du kommst gerade aus so einer heißen Dusche raus, alles ist so vernebelt und dampfig, weißt du, der Spiegel ist so halb angelaufen und dann siehst du dich so im Spiegel und denkst dir so, boah, meine Titten sehen gerade richtig geil aus. Dann mache ich jetzt mal ein Foto und schicke die meinem Freund. Nö, ich grinse gerade wie so ein schüchternes Kind, habe ein rotes Gesicht, rote Wangen. Ich, nee, gar nicht. Und das ist jetzt nicht, weil ich mich greißlich finde. Also so ein schönes bayerisches Wort, greißlich. Ich, ich, gar nicht. Ich, ich habe auch, wobei es gibt schon Bilder, wo ich mich mal fotografiert habe, wo man irgendwie so ein total laszives Selfie gemacht hat und dann siehst du im Hintergrund irgendwie so meinen Arsch in einem Slip oder irgendwie so. Aber die, das habe ich nie verschickt. Das habe ich eher so, guck mir das jetzt selber manchmal an und denke so, ah, ja, cool. Zehn Jahre junger, sexy. Also ich liebe es. Ich liebe es einfach. Aus den schon genannten Gründen. Es ist so eine subtile Art der anderen Person zu sagen, was man geil findet. Aber es ist eben nicht nur wie so eine Sex-Einkaufsliste so, alter, mach am Abend mal das, das und das. Sondern auch eben diese Idee von Sex bei der anderen Person in den Kopf zu pflanzen. Und das gefällt mir. Weil ich mag das gerne, wenn sich sexuelle Stimmung über einen langen Zeitraum aufbaut. Davon habe ich mehr als von stundenlangen Sex. Also ich mag wirklich lieber diese Stimmung, diese sexuelle Tension, ja. Die baut sich über den ganzen Tag auf und dann abends einfach vielleicht auch nur ein Knall, ein Quickie. Gar nicht schlimm, wenn das nicht lange dauert. Das mag ich lieber als den ganzen Tag irgendwie aneinander vorbeileben und dann hast du abends irgendwie, weiß ich nicht, es gerade ausgeht, ewig lang Sex. Ich mag lieber Variante 1. Ich gehe gerade in mich. Ich überlege gerade, wie ich das anstellen würde. Und wir haben nämlich auch viele Zuschriften bekommen von Sie freuen sich auf die Folge. Sie würden es auch mal gerne ausprobieren. Ich nehme also morgens um 10 mein Handy in die Hand und schicke meinem Freund eine Aubergine. Fühlen die sich da nicht angegriffen, weil Aubergine immer für riesiger Schwanz steht? Nee, eine Aubergine würde ich nicht schicken. Schicke? Also kommt drauf an, kommt drauf an. Ja. Soll ich es dir sagen oder willst du weiter? Du kannst mich korrigieren. Ich würde, also abends will ich vögeln, wenn er von der Arbeit heimkommt, ich will ficken. Dann schicke ich ihm, nee, wenn ich dem einfach so Feuchtdinger schicken würde, wenn es regnet. Wie Feuchtdinger? Diese Tropfen oder was? Diese spritzenden Tropfen. Du, du musst dann aufpassen. Wenn der das nicht gewohnt ist, ja, dass sowas von dir kommt, dann, dann checkt er. Ich dachte, das ist eine Affäre. Dann checkt er das erstmal nicht. Nee, dann denkt er wahrscheinlich, was ist, hast du Schnupfen? Ja, genau. Oder hast du was ausgeschüttet? Du musst in dem Fall, wenn du das noch nie gemacht hast und er auch noch nicht in deine Richtung, dann musst du schon, finde ich, ein bisschen eindeutiger werden. Also so zum Beispiel, das haben wir, glaube ich, schon mal gesagt, du, wir chatten hier gerade und Josi hat durchgehend seit ungefähr vier Monaten Teufelshörner als App über ihrem Gesicht. Just saying, damit ihr wisst, womit ich hier arbeite. Also so süße kleine Teufelshörnchen, so wie so Faschingskostüme. Ich könnte ihm jetzt zum Beispiel schreiben, du, ich habe da so eine Idee und dann so ein Teufel-Emoji. Ist das passisch? Zum Beispiel, ja. Okay. Ja, und dann wird er zurückschreiben, was denn? Und dann kannst du, ich weiß nicht, was deine Idee ist, aber du könntest dann zum Beispiel, das ist eine Kombination, die ich sehr gerne benutze, die Aubergine verwenden. Und dann gibt es dieses Emoji, der das so genießerisch aussieht und dem so sabber am Mund runterläuft. Das könntest du nehmen. Also das ist Blowjob, das weiß jeder. Ja. Oder? Also ich wusste es bis jetzt nicht, aber schön, dass wir darüber reden. Ja, komm, was soll es denn sonst sein? Eine Aubergine und ein genüsslich sabbernder Mund. Okay, ja. Baby, it's a Blowjob. Dann kannst du natürlich auch den Pfirsich verwenden. Ja, der steht dann, ich würde sagen, also viele verwenden den als Arsch. Ich finde, das ist eigentlich mein Zeichen für, ja, für eine Vulva. Kannst du natürlich auch die aus da nehmen, auch möglich. Dann nimmst du zum Beispiel das und nimmst den Emoji, der die Zunge rausstrickt. Mhm, lecken. Und dann, was auch immer hilft, wenn die andere Person es gar nicht checkt, immer nochmal so eine Flamme dazu machen, weil dann weißt du, hot, 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 hot. Also das ist jetzt aber very basic, ja? Ja, wir müssen ja offensichtlich bei very basic anfangen. Ja. Okay. Aber das, einfach so schöne Kombinationen. Es muss ja auch nicht so sein, dass der andere das sofort checkt. Aber wenn du da eine schöne Flamme dazu machst oder so, dann weißt du ja auf jeden Fall, oh, das ist jetzt irgendwie sexy. Was meint sie damit? Was könnte sie meinen? Hm, lass mich mal überlegen. Bam, die Fantasie ist angekurbelt und du bist dabei. Das Kino läuft. Muss man dann das, das halten? Also ich meine jetzt nicht, dass es seinen Penis halten wird. Also wenn ich das jetzt um 10 Uhr morgens schreibe und er weiß um halb zwölf, it's on, girl, dann muss er noch von, keine Ahnung, zwölf bis, wie auch immer man arbeitet, fünf, acht, keine Ahnung, müssen ja die Stunden noch überbrückt werden. Ja, genau. Also ich würde, wenn die andere Person arbeitet, darfst du das natürlich jetzt auch nicht übertreiben. Ja? Der Gedanke ist jetzt schon mal in seinem Kopf eingepflanzt. Er hat Fragen, aber auch ein bisschen Fantasie im Kopf. So. Und dann mal so zwei Stündchen, so Mittagspausezeit rum, schickst du ihm nochmal was. Dann kannst du vielleicht auch ein bisschen konkreter werden. Dann benutzt du keine Emojis, sondern dann benutzt du halt mal einen Satz. Und das kann auch nur sein, ich freue mich auf heute Abend. Ich bin schon ganz, und dann kannst du deine Tröpfchen hier machen. Lach nicht, das ist wirklich, it works, man. Das Verlegenheitslachen, es tut mir leid. Und dann schickst du halt bis, wenn der erst um sieben heimkommt, schickst du bis dahin halt nochmal zwei. Ich würde dann vielleicht auch nochmal eine Textnachricht schicken. Die kann ähnlich, unkonkret, konkret sein. Und als letztes würde ich vielleicht ein Bild schicken. Und natürlich nicht so ein vollfrontal Tittenbild, sondern so ein Ausschnitt deines Körpers. Das kann zum Beispiel sein, wenn du einen Slip an hast, der sollte dann natürlich nicht Baumwolle Snoopy H&M sein, sondern so ein bisschen Spitze oder so. Nur so ein Ausschnitt, so über dem Venushügel oder so an der Hüfte oder so von der bedeckten Brust oder so. Nur ein Ausschnitt, dass er sich halt was denken kann. Also das finde ich eigentlich ganz essentiell bei diesem Sexding. Dass es nicht so voll auf die zwölf immer ist, kann man auch machen. Das ist für mich dann aber schon eher, geht dann in die Richtung eben digitaler Sex. So zum Teasern würde ich immer so ein bisschen unkonkret bleiben. Und das ist doch eigentlich voll dein Thema, Teasen. Das magst du doch total gerne. Ja, ja. Gott. Leute, mit was arbeite ich hier? Ja, Entschuldigung, Mann. Ich kann mich ja auch ein bisschen anstellen. Okay. Und dann ein Bild von meiner Hüft mit meinem Slip. Ist das erotisch? Ja, oder auch von... Von so einem Nippel oder was ja auch ganz toll ist. Ich weiß nicht, ob das bei dir geht, weil du hast ja jetzt nicht so Riesenbrüste. Ich darf das sagen, weil du bist meine Freundin. Ja, und du hast große Brüste. Ich glaube, was Männer zum Beispiel auch toll finden, wenn du das schön fotografiert kriegst, ist so ein Underboob. Es gibt ja jetzt auch immer mehr diese Bikinis und Oberteile, wo du unten noch so die Titte noch so ein bisschen siehst. Das ist der Underboob. Ja, wenn ich fest genug drauf drücke, dann geht's schon. Ja, das könnte doch auch ein cooles Bild sein. Ich meine, es kommt jetzt wirklich drauf an. Kann sein, dass wenn man eher so eine Spaßbeziehung hat, wo man immer nichts ernst nimmt, dass der andere dann das alles total lustig findet. Aber selbst dann, was hast du verloren? Dann hat er super gut gelacht über die ganze Nummer und er wird früher oder später dich vögeln, weil er es nämlich nicht nur lustig fand, sondern auch ein bisschen geil. Aber er muss halt erst mal die Humorkarte ziehen, wenn es so euer Style ist. Aber ich hatte bis jetzt noch nie einen Typen, der das nicht irgendwie hot fand. Oh Gott, ist das gerade viel. HörerInnen, geht's euch auch so? Ich bin gerade maximal überfordert. Ja, schau, ich habe kein Problem mit Analverkehr, aber damit, hey! Ich habe kein Problem damit, wenn ich einem Mann sage, hey, was hast du Bock, mir einen Plagg in den Arsch zu schieben? Aber ich habe ein Problem damit, mich nackt zu fotografieren und das Team zu schicken. Da gibt es auch diese Funktionen, wo man das nur einmal anschauen kann, ne? Das gibt es. Da sind wir jetzt im sehr technischen Bereich. Also ich meine, ich glaube, das war vor allem auch der Grund, warum Snapchat überhaupt ins Leben gerufen wurde. Weil da Konversationen ja relativ schnell wieder verschwinden, Bilder nur einmal angeschaut werden können und du auch benachrichtigt wirst, wenn der andere zum Beispiel ein Bildschirmfoto gemacht hat. Ja, stimmt. WhatsApp hat da in der Richtung auch nachgezogen und was ganz großartig ist, ist auch die Funktion bei den Fotos. Ja, also ich kenne mich jetzt nur mit iPhone aus, die Funktion ausblenden. Du kannst in deiner Fotogalerie Fotos ausblenden. Dann musst du zum Beispiel keine Angst haben, wenn du jetzt dein Handy der Kollegin oder dem Kind in die Hand drückst und die dann so durchscrollen, dass die dann auf einmal deine Titten da am Start haben. Ich habe jetzt auch nur ein iPhone, ich weiß nicht, aber bei Android müsste es bestimmt auch irgendwie gehen. Man muss einfach auf die drei Punkte oben gehen und dann, da steht ausblenden und dann musst du es bestätigen. Was ich da für naughty Bilder in dieser Galerie habe. Das glaube ich. Man muss sich damit auch wohlfühlen. Also ich würde nicht auf Teufel komm raus und wenn ihr da keinen Bock drauf habt, dann macht das halt nicht. Und ich würde das auch nicht mit jedem machen, sondern ich behaupte jetzt von mir selber, dass ich ein ganz gutes, eine ganz gute Menschenkenntnis habe. Mittlerweile. Und ich fühle, wem ich da vertrauen kann und wem nicht. Und das ist mir auch bislang noch nie passiert. Also dass irgendwo Fotos von mir aufgetaucht sind oder Revenge-Ex-Scheiße oder so. Hier bitte nicht. Und ich mag das. Ich glaube, bei mir ist manchmal so ein bisschen das Problem, dass ich ganz oft Sachen fantasiere, die ich gar nicht machen will. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, ich benutze im Kontext ganz von Sex und auch zum Beispiel Selbstbefriedigung ganz oft Situationen, wo die ich jetzt im echten Leben gar nicht umsetzen will unbedingt bis jetzt. Weil sie einfach vielleicht zu hart sind. Also ich stelle mir manchmal, glaube ich, in meiner Fantasie viel härtere Sachen vor. Wenn man mich dann aber auch nur ein bisschen zu hart klappst, dann bin ich so, aua. Deswegen, ich glaube, das ist so der Punkt. Und weil von der Community kam auch, ich habe ja auch gefragt, hey, sagt mal, habt ihr Tipps für Sexting? Also wie macht ihr das? Und da kamen dann so Sachen, so Sätze wie, ich bin so horny, ich brauche dich unbedingt hier. Finde ich auch gut. Weißt du, was ich meine? So. Und ganz viele haben geschrieben, einfach freien Lauf lassen. Einfach schreiben, was man denkt, fühlt und will. Unbedingt detailreich. Das ist dann, muss man jetzt auch ein bisschen abgrenzen, ja? Also es gibt ja das Texten oder Sexten im Sinne von die andere Person scharf machen. Mhm. Und das kann ja ganz viele Formen haben. Also das kann sein, ein Emoji, ein konkreter Satz, ein Bild, auch vielleicht ein bisschen hin und her mit der anderen Person. Und da könnte man natürlich auch schreiben, ich mache es mir gerade selber, meine Hand wandert gerade zwischen meine Beine, ich bin schon ganz feucht, etc. pp. Das ist das eine. Und dann gibt es ja, wie eher Telefonsex, dass man sich per Nachricht, während man es sich selber macht, schreibt. Da würde ich auch sagen, so konkret wie möglich. Und da kann man eigentlich ehrlicherweise auch davon ausgehen, dass das nicht gerade wahrscheinlich so gemacht wird, weil das kann doch keine alte Sau. Also schreiben und sich es mit der anderen Hand selber machen. Da würde mir das Handy, glaube ich, zehntausend Mal auf den Kopf oder ins Gesicht fallen. Stimmt, wenn du dann so versuchst, dich selber zu fingern und du kommst ja gar nicht so richtig hin, wenn du das Handy rein hast. Ja, und am Ende des Tages ist es ja auch so, ich weiß, bei Männern ist das anders, aber ganz viele Frauen nehmen ja Hilfsmittel zur Hand. Und das ist ja jetzt auch nicht so sexy, wenn du dann schreibst, hey, übrigens, ich habe mir gerade für zehn Sekunden mein Satisfyer auf die Klitoris gelegt. Und es war voll der geile Orgasmus. Ich meine, kann man auch schreiben, ja, aber das ist ja wie bei Telefonsex. Du versuchst, das Jahr aufzubauen über einen gewissen Zeitraum und den anderen gedanklich mit an die Hand zu nehmen, ja. Also das mache ich gerade bei mir und das mache ich gerade bei mir und das will ich machen, wenn ich dich das nächste Mal sehe. So. Das kann ich mir irgendwie besser vorstellen. Ich bin jetzt nicht so der Riesenfan, eher lustig, weil ich bin davon jetzt nicht so der Riesenfan, weil ich es einfach unpraktisch finde und mir denke so, der macht das ja gerade eh nicht so. Aber das ist wie, wenn man sich so ein bisschen Fantasiebälle hin und her schmeißt. Ich mag lieber diese Form, wo man das aufbaut und sich dann in real life sieht und ... Nee, da bin ich glaube ich im Sexting, in diesem wirklich, während man es auch selber macht oder ob man es dann auch wirklich macht, ist ja dann hinfällig. Ich glaube, das ist dann mehr so meins, dieses, ich wandere gerade mit der Hand über meinen Bauchnabel zu meiner Klitoris. Das, ich klammere mich an der Bettdecke fest, so die Nummern, das kann ich mir dann irgendwie besser vorstellen, tatsächlich. Ich habe noch einen Tipp aus der Community bekommen, den fand ich sehr gut und zwar ist der beste Einstieg oder so ein Universal-Einstieg, ich hatte heute Nacht einen heißen Traum. Ja, das ist auch gut. Ja, der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt und das ist ja auch schön, du kannst es halt in deinem Style machen. Ich bin so beim Nachrichtenschreiben jemand, der immer total viele Emojis verschickt, deswegen wird man das da auch bei mir wiederfinden. Ich bin eine Person nicht so gut wie nie, aber wir sind so unterschiedlich. Aber ist doch schön. Ich benutze nicht so viele Emojis. Ich musste mir das hart antrainieren. Ja, ich überlasse vieles der Fantasie, wobei ich auch schon mal Sachen schreibe wie, ich habe mega Bock, dass du mich leckst oder so. Also ja, ach, das wechselt eigentlich ab, wenn ich es mir recht überlege. Aber jetzt haben wir so viel gelabert, sollen wir mal zur Community kommen? Sollen wir mal noch mehr reden? Noch mehr reden, noch mehr. Du hast doch auch auf Instagram mal eine Umfrage gemacht, wie viele Leute Sexting betreiben, oder? Habt ihr es richtig gesehen? Ja, bei mir am Kanal war es ja längere Zeit etwas ruhig, aber einfach, das ist der Stress. Die Welt zog an Josef vorbei. Und du kannst sagen, du warst so beschäftigt mit der Beantwortung der vielen Nachrichten, dass du keine Zeit für Content hattest. Ja, das stimmt aber, das stimmt aber. Ich priorisiere auch immer eher die Nachrichten tatsächlich. Ich habe meine Community auf obb-josi gefragt, ob sie Sexting betreiben und habe zur Auswahl gegeben, ständig ja oder nein. Also, es haben ungefähr, ich weiß jetzt nicht, 1300 Leute mitgemacht, was ich voll nett von euch finde, weil ich ja so lange nichts gepostet habe. Nein, haben 351 gesagt. Das sind jetzt… Ein Drittel. Boah, bin ich voll schlecht in Mathe, ey. Ja, irgendwie so ein Drittel oder so. Nee, wie viele haben wir jetzt gemacht? Ein Viertel. Nee, es sind eher so, es sind eher so 12, 1300, also da sind dann 351 eher so ein Viertel. Und dann, ja, haben 710 gesagt. Und die Hälfte mindestens. Und ständig 219. Also fast 1000 Leute haben ja oder ständig gesagt. Das ist schon, ja, meine Community halt. Ihr geilen Sexhäschen. Es gibt übrigens auch die Erlaubnis, bei Oh Baby Josi und bei Oh Baby Podcast zu sein. Das ist nicht… Die sind nicht verfeindet im Hintergrund oder irgendwie sowas. Nicht, dass ihr irgendwas denkt. Ich hatte auch gefragt, benutzt ihr Textnachrichten, um den jeweils anderen scharf zu machen? Mitgemacht. Mitgemacht. Haben circa 2500 Leute, also nicht Männlein, Weiblein aufgeteilt. Und ja klar, nein und manchmal waren die Antwortmöglichkeiten. Also es verzieht sich ein bisschen im Vergleich zu dir. Ja klar, 46 Prozent. Also fast 100. Ja. Manchmal 31 Prozent und nein, 22 Prozent. Also ich glaube, mit der Umfrage geht es mir so wie dir damals mit Periodensex. Ich hätte nicht gedacht, dass es so viele sind, weil ich es selber nicht mache. Ja, sieh's ja mal. So. Ach, Freunde. Aber jetzt kommen wir mal zur Community. Wir haben auch Fails übrigens. Ja, drei. Mir ist das noch nicht passiert. Ich gucke da wirklich immer fünfmal hin, bevor ich das losschicke. Ich hatte ja schon angekündigt, uns haben erstaunlich viele Männer geschrieben, was ich cool finde. Es ist also ein männliches Thema, aber ich fange mal an. Mit einem Mann. Wow. Tschö. Ich muss auch aufhören, die ganze Zeit um den heißen Brei rumzureden. Zum Thema Sexting. Machen, machen, machen. Klammer auf. Disclaimer. Wenn beide Seiten das wollen, Klammer zu. Jetzt zur Erklärung der Begeisterung. Meine Frau und ich sexten erst seit vielleicht einem halben Jahr, obwohl wir knapp zehn Jahre zusammen sind. Wieso wir das nicht vorher gemacht haben, wissen wir gar nicht so richtig. Es war nie so, dass wir dagegen waren oder das nicht wollten. Es war nur irgendwie nie unser Fokus. Seit ungefähr einem oder eineinhalb Jahren haben wir unserer Ehe mehr Spice verliehen. Erste Swinger-Club-Besuche, Dreier, Anmeldung bei Joy-Club und einige andere Dirty-Abenteuer. Unter anderem sind wir dadurch auch zum Sexten gekommen, weil einfach unsere ganze Kommunikation viel sexueller wurde und plötzlich schickten wir uns, wenn ich, der Mann, auf Dienstreise war, spicy Bilder mit einem kleinen Text wie, ich denk an dich oder das wartet auf dich. Und glaub mir, damit kann man sich richtig schön verrückt machen. Im Business-Meeting unterm Tisch aufs Handy geschaut, holla die Waldfee. Wir haben auch schon mit einem anderen Paar Dirty Pics hin und her geschickt, mit denen wir einen Vierer planen. Und mit der Frau unseres letzten MFF-Dreiers, also Mann-Frau-Frau, kurzer Einwurf von mir, tauschen wir regelmäßig Bilder aus. Kurzum, es ist einfach eine geile Auflockerung des manchmal viel zu stressigen Alltags, also wie bei so vielen Dingen, einfach mal machen. Leute, ich mach ja schon, ich mach ja schon. Eine Nachricht von einem Mann. Da ich oft beruflich unterwegs bin, machen wir, also er und seine Freundin, uns so gegenseitig heiß und malen uns im Geschriebenen verschiedenste Fantasien aus, welche wir dann des Öfteren auch genau so ausprobiert haben. Aus der Ferne gibt es einem das Gefühl, dass der Partner quasi dabei ist und es ist viel intensiver als zum Beispiel ein Porno zu schauen. Oft regt sich unsere Fantasie dabei so an, dass es nicht nur bei einer Runde Selbsthilfe in Anführungszeichen bleibt. Aber auch im normalen Alltag befeuern wir die Lust gerne mal mit versauten Nachrichten an. Das reicht von einem kleinen, ich hätte jetzt gerade Lust auf dich, bis hin zu konkreten Ansagen wie, ich fahre jetzt auf der Arbeit los und wenn ich daheim bin, ficke ich dich hart auf dem Küchentisch. Alles in allem finden wir Sexting eine super Möglichkeit, sich gegenseitig scharf zu machen, wenn man gerade nicht beieinander ist. Meine Rede Eine Frau hat geschrieben, für mich ist Sexting das Nonplusultra und hat für mich bisher bei jedem funktioniert. Haha, die Männer werden einfach wild davon. Haha, Feuer-Emoji. Ich gehe gerne ins Detail und schreibe nicht nur, was wir machen, sondern auch die Gefühle. Zum Beispiel sowas wie, du spürst, wie sich alles anspannt und du einfach immer mehr von diesem Gefühl willst, etc. Love it. Herzchen-Emoji. So, jetzt kommt eine Nachricht von einem Mann, einer Frau. Wir sind uns nicht ganz sicher. Da wurde sehr genderneutral geschrieben, sage ich es mal. Erstmal ist es gut zu wissen, worauf der andere steht. Dann versuche ich meinem Partner ein Bild davon zu malen, was ich gerne mit ihr anstellen würde. Der, diejenige liest es dann und schließt seine Augen und fühlt, als würde es gerade passieren. Dann beschreibt man als Gegenpart, wie man darauf reagiert. Ein Beispiel. Sie. Und nach unserem gemeinsamen Abendessen stehe ich auf und lehne mich über den Tisch, um dir tief in deine Augen zu sehen und dir einen intensiven Kuss zu geben. Er. Oh. Und dann so ein Lasziv-Emoji. Sie. Ich lege meine Hände um deinen Nacken und unsere Küsse werden immer intensiver. Er. Ich kann spüren, wie mein Herzschlag schneller wird und mir immer wärmer wird. Hitze-Emoji. Sie. Ich kann auch schon spüren, wie heiß du wirst. Hier, da kommt das Sabber-Emoji, sage ich euch. Ich setze mich auf dich und fange an, dich an deinem Hals zu küssen und schiebe meine Hände unter dein Shirt. Er. Während mein Kopf leicht nach hinten fällt und ich mich auf deine Berührungen einlasse, wird meine Atmung immer intensiver. Hitze-Emoji. Und so weiter. Das ist jetzt, finde ich, so wie Telefonsex. Das ist jetzt, was ich gar nicht betreibe eigentlich. Das ist eine Kunst für sich. Eine Frau hat geschrieben, mein Freund, Klammer auf, ist Schwede und lebt in Stockholm, Klammer zu. Und ich nutzen diese Art der sexuellen Kommunikation häufig, um uns gegenseitig scharf zu machen, auf die Distanz. Jeder kann dann selbst entscheiden, wo man dann endet, Klammer oft. Nicht selten lande ich mit seinem Lieblingstoy in meinem Bett. Lass tiefgucken, Emoji. Aber als ich noch nicht bei ihm war, haben wir das Sexting mal anders genutzt. Wir sind von einem Tagesausflug mit dem Bus zurückgefahren. Wir beide waren schon so unendlich horny und konnten zunächst kaum die Finger voneinander lassen. Wir haben uns dann im Bus auseinandergesetzt und angefangen, uns zu schreiben, was wir am liebsten jetzt tun würden. Wo unsere Zungen jetzt gerne hinwandern würden. Was unsere Finger gerne spüren würden, etc. Wir haben uns dabei immer verstohlene Blicke zugeworfen und das Schärfste für mich war zu sehen, wie sich sein Blick immer mehr verdunkelt und in etwas Animalisches verwandelt hat, während er meine Nachrichten gelesen hat. Natürlich gab es mehrere Happy Endings, als wir dann endlich zu Hause bei ihm ankamen. Seine Reaktionen auf meine Texte mal zu sehen, Klammer auf und dann auch zu spüren, Klammer zu, war unfassbar erregend. Ich muss aber einfach sagen, dass mir das Sexting auf Englisch deutlich leichter fällt, weil ich diese Sprache einfach erotischer finde. Und man braucht natürlich ein Gegenüber, das darauf einsteigt. Dies kann man am Anfang gut durch zweideutige Nachrichten herausfinden und sich dann so steigern in mehr und mehr konkrete Beschreibungen. Und noch ein wichtiger Aspekt, wie ich finde, ist der Wahrheitsgehalt in Anführungszeichen solcher Nachrichten. Wenn man über eine konkrete Handlung oder bestimmte Vorstellungen davon schreibt, dann sollte dies nachher auch irgendwie mit dem in Anführungszeichen echtem Sex, Klammer auf, für mich gehört das Schreiben schon zum Sex dazu, aber das sieht ja auch jeder anders, Klammer zu, in Verbindung stehen. Ich hoffe, ihr versteht, wie ich das meine. Ja, voll. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Das finde ich einen sehr guten Punkt. Weil es ist ja, also ich meine, je nachdem, wie man das betreibt, es gibt ja auch Paare, könnte ich mir vorstellen, wenn du sexuelle Fantasien hast, die du aus bestimmten Gründen nicht ausleben willst, weil sie zum Beispiel eine dritte oder vierte Person involvieren würden oder auch harte Schläge. Und man kann die andere Person aber nicht schlagen, dann könnte man das auf die Art natürlich auch mal ausprobieren auszuleben. Einfach mal ausprobieren, würde ich vorschlagen. Aber ich weiß, was sie meint. Also ich bewege mich beim Sexten auch immer in dem Bereich, was ich dann, sag ich mal, auch abliefern kann. Also so machen wir, weil ich das halt persönlich schöner finde, aber muss auch jeder wissen. Eine Frau hat geschrieben. Hallo ihr zwei, hier meine kleine Geschichte. Ich habe letzten Sommer über eine Dating-App einen ganz süßen Typen gematcht, leider nicht wirklich in der Nähe. Relativ schnell verstanden wir uns textlich ganz gut und auch die Nachrichten wurden heißer, also der Texterin. Die heißen Textnachrichten nahmen zu und wir beschrieben unser Liebesspiel ausführlich gegenseitig. Die Bewegungen der Hände, Finger und wo und wie sie welche Körperteile berührten. Absolut heiß und sehr erregend. Die Nachrichten wurden mit schönen erotischen Fotos von jedem von uns zusätzlich angeheizt. War richtig aufregend und sehr stimulierend. Wenn man sich gegenseitig beschreibt, was man tun würde und es so weit kommt, dass jeder für sich masturbiert dabei und man sich erzählt, wie schön das Gefühl ist, kann fast besser sein wie richtiger Sex. Auch das Erinnern durch wiederholtes Durchlesen. Wunderbar. Das Ganze über eine Zeit von circa fünf Wochen, bis wir beschlossen, es sein zu lassen. Nö. Jetzt frage ich mich, warum sägert du auch gerade so. Was ist passiert? Vielleicht haben sie ja dann über die App auch Leute in der eigenen Stadt kennengelernt. Das stimmt. Vielleicht wurde dann in Realität gefügelt, aber es war ja... Weil ich finde, auch das sei mal kurz gesagt, wenn man in einer Beziehung ist und Sexding mit einer anderen Person betreibt, ich finde, das ist Betrügen. Ob man das dann trotzdem macht, ist ein anderes Thema. Ja. Aber ich finde, das ist Betrügen. Ja, doch, stimmt. Ja, doch. Für sich auch so. Definitiv. Warum sollte man das dann machen? Nein. Da haben wir mal einen Quickie drüber gemacht. Ich erinnere mich, dass wir über das Thema schon mal ausführlich gesprochen haben. Es gibt einen Quickie, er sextet mit anderen Frauen oder so. Wenn euch das Thema interessiert, könnt ihr da mal nachschauen. Ein Mann hat geschrieben, hey ihr beiden, meine Frau und ich haben extra eine WhatsApp-Gruppe nur für Sextick. Das war im normalen Messenger-Chat immer super unsexy, wenn wir zwischendurch noch die Kinder oder den Einkauf organisieren. Seit der WhatsApp-Gruppe sind wir voll angefixt davon und machen uns regelmäßig schon tagsüber gegenseitig Lust auf uns. Sei es mit kleinen heißen Nachrichten, pornografischen GIFs, Links zu sonstigen interessanten Medien und natürlich sexy Selfies. Seitdem passiert es mir auch nicht mehr, dass ich meinem besten Freund sexy Nachrichten schicke. Er und meine Frau haben nämlich die gleichen Initialien. Das kam schon häufiger vor. Ich finde die Idee so genial. Als ich das gelesen habe, als ich dieses Dokument zusammengestellt habe, war ich so, best idea ever. Weil dann kommst du ja gar nicht in diese Situation, dass du dann, kannst du noch bitte Eier mitbringen? Wobei das ist auch wieder ein bisschen sexuell an. Kannst du bitte noch Brot mitnehmen? Meine Tochter möchte das essen. Oder du benutzt halt einen Messenger-Dienst, den du halt sonst nicht benutzt. Also wenn du sonst die ganze Zeit auf WhatsApp unterwegs bist, dann ist WhatsApp Einkauf, Organisation, Chat mit Freunden und Familie. Und dann zum Beispiel nimmst du den Messenger her, das richtig klassische SMS, um deinem Partner Partnerin zu schreiben. Damit könnte man das auch vermeiden. Und dann kann man noch einstellen, dass die Nachrichten nicht angezeigt werden auf dem Bildschirm. Ja, das ist wichtig. Man kann ja die Push-Nachrichten einstellen, dass dann da steht, fick mich, sondern dass dann nur steht eine Nachricht von, wie wir sagen jetzt mal, Telegram. Und dann kannst du da, weißt du, ah, she's on. Also sehr guter Tipp, danke an den Zuschreiber. I'm on fire. Eine Frau hat geschrieben. Also Sexding habe ich tatsächlich so um die 20 herum extrem viel betrieben. Ich war damals Single und entsprechend mehr auf Online-Dating-Seiten unterwegs. Oftmals habe ich aber tolle Kerle gefunden, die räumlich immer weit entfernt waren. Und so haben wir uns schließlich oft nur Sex-Nachrichten geschrieben, ohne uns je getroffen zu haben. Einmal habe ich mit einem Mann sogar ein ganzes Date durchgetextet. Wir haben uns geschrieben, wo und wie wir uns treffen würden, was wir anhaben, wo wir essen gehen etc. Und nach dem offiziellen Teil sind wir dann virtuell zu ihm gegangen und haben den Abend in allen Details ausgekostet. Dieser Mann war zum Glück sehr gut darin, erotisch zu schreiben und die Details gekonnt aufzubauen, sodass im Kopf ein sehr grafisches Mitempfinden möglich war. Nicht selten habe ich währenddessen masturbiert und er auch, zumindest hat er das geschrieben. Leider ist das dann eingeschlafen, als ich in meinem Umfeld einen Freund hatte. Aber den Mann hatte ich tatsächlich gern mal persönlich kennengelernt. Vielleicht ist es aber auch gut so und seine Bilder, die hatten wir tatsächlich ausgetauscht, waren gefälscht und ich bin noch mal glücklich davongekommen. Insofern genieße ich einfach die Erinnerung. Okay. Das ist auch so ein Thema, das manche, das ist, es sind nicht alles Goldfedern. Also ich weiß, wir haben in unserer Community viele Goldfedern aufgrund des Kussgeschichtenwettbewerbs. Aber ich habe auch schon Männer kennengelernt, die haben sich sehr schwer getan, einen geraden Satz zu formulieren. Was ich immer faszinierend finde, ist, wenn du einen Mann hast an deiner Seite, der keine Karten schreiben kann, alles Gute. Dein Schatz. Und dann, wenn es um Sexting geht, packen die da lyrische Begabungen aus. Dann denke ich mir, okay, alles klar. Das ist eine Red Flag für mich, glaube ich. Tatsächlich, wenn sich jemand im Alltag bei so Sachen keine Mühe gibt, aber er das Gefühl hat von Sex, bekommt er mehr. Red Flag. Eine Frau hat geschrieben. Durch Sexting habe ich erst erkannt, dass ich mehr im Leben brauche als den klassischen Blümchensex. Anfangs waren es Fremde, die weit weg wohnten. Irgendwann sehnte ich mich allerdings danach, den anderen zu treffen. Mittlerweile sexte ich auch mit Bekannten. Man macht sich mit Textnachrichten und Fotos heiß und irgendwann trifft man sich. Ich mag den Reiz und mache es mittlerweile fast täglich. Einen Partner, der Sexting ablehnt, kann ich mir gar nicht in meinem Leben vorstellen. Ich glaube, sie meint mit Bekannten so Sexbekannte. Also sie schreibt jetzt nicht dem Mann ihrer Freundin, hoffentlich. Hoffentlich. Komische Nachrichten. Aber nur zur Erklärung, ich glaube, Bekannte ist fast sie anders, das Wort. Jetzt kommen wir noch zu den Fails. Vielen Dank dafür. Eine Frau hat geschrieben. Wollte meinem damaligen Freund ein heißes Bildchen schicken, ist aber ohne, dass ich es bemerkte, bei seiner Mutter gelandet. Seine Mutter war etwas überrascht. Heulemoji. Ich würde sterben. Ich auch. Das ist so wie beim Sex erwischt werden. Das ist so für alle Beteiligten peinlich, genauso für die Person, die es zugeschickt bekommen hat. Entweder mit Humor oder nebenreagieren oder ignorieren. Nie wieder, nie wieder ansprechen. Ich würde es nie wieder ansprechen. Ein Mann hat auch ein Fail geschickt. Habe schon mal in einem Chat mit meiner Frau geschrieben, dass sie mir doch schon mal ein Foto von ihrem sexy Ass schicken soll, damit er schon mal hart wird für gleich. Nur war auch dort ihr bester schwuler Freund, Klammer auf Klassiker, auch mit im Chat. Falsches Chatfenster gewählt. Die scheiß Gruppenchats haben echt Nachteile. Aber ich glaube, da freut man sich doch, da denkt man sich doch, hey, meine Freundin hat noch richtig geilen Sex. Freut mich. Ein Mann hat geschrieben. Ein kleiner Fail oder doch nicht ganz. Als ich Anfang 20 war, hatte ich über einen kurzen Zeitraum mit zwei Frauen gleichzeitig... Oh, 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 ich weiß, wo das hingeht. Mit zwei Frauen gleichzeitig etwas, ohne dass diese voneinander wussten. Shame on me. Mit der einen, mit der es dann noch etwas langfristigeres wurde, habe ich auch immer mal wieder gesextet. Als ich eines Abends mit Freunden in der Kneipe saß, passierte nach mehreren Bieren das, was irgendwann passieren musste. Ich schickte den Sexting-Text, was ich mit meiner Zunge an ihrer Klit machen würde, in den falschen Chat. Zu dieser Zeit gab es noch keine Nachrichten-Löschen-Funktion oder Zurückrufen-Funktion. Ich weiß gar nicht mehr, ob oder wie ich versucht habe, mich da rauszureden, in Anführungszeichen. Aber tatsächlich hat sie recht entspannt darauf geantwortet, sinngemäß, haha, du bist aber schon ganz schön betrunken. Aber da freue ich mich drauf, wenn du das bald umsetzt. Kurz darauf habe ich beiden Damen dann von der Existenz der anderen erzählt. Da es eh sehr locker war, haben beide überraschend entspannt darauf reagiert. Es lief dann noch eine Zeit lang parallel mit beiden, bis sich mit der eigentlichen Sexting-Partnerin eine zugegebenermaßen auch recht kurze Beziehung rauskristallisiert hat. Tja, mehrere Eisen im Feuer zu haben, ist anstrengend, meine Damen und Herren. Und vor allem, ich habe das Gefühl, ich war mal diese Frau, der dann irgendwann erzählt wurde, ach du, ich habe übrigens auch eine andere, ist nicht schlimm für dich, oder? Und rate mal, wer nicht die Eier in der, Eierstöcke, Entschuldigung, Eierstöcke in der Hose hatte, um sich aufzuregen, sondern ihn angeschaut hat und gesagt hat, nee, ist gar nicht schlimm, ist ja hier auch alles total lässig. Quatsch. Habe ich mal gemacht. Oh my girl. Aber ich finde das... Mach das nicht, Mädels. Ein ganz wichtiges Thema noch, weil er ein paar Biere erwähnt hat. In einer Beziehung habe ich auch schon mal betrunken, hundertprozentig getextet, gesextet. Das nimmt dann vielleicht so die Hemmungen, die man davor hatte. Ich würde es aber prinzipiell nicht empfehlen, weil je nachdem, wie betrunken man ist, wenn du jetzt ein Glas Prosecco hattest, kein Problem, aber wenn du jetzt wirklich dicht nach Hause kommst, die Fotos, die man da aufnimmt und was man da schreibt, das ist dann oft im Zweifel so Cringe am nächsten Tag, wo man sich denkt, ich spreche aus Erfahrung. Und die sind halt dann auf dem Handy, ja? Also ich meine, klar, du kannst das Zeug löschen, aber im Zweifel hat der andere Bildschirmfotos gemacht oder das Bild runtergeladen, wie auch immer. Just don't do it. Don't do it. Ja. Josi hatte auch gerade ein sehr ernsthaft leidendes Gesicht in der Irrinnerung. Ich habe da selber noch ein paar Bilder auf meinem Handy. It's funny. Boah, Leute, das war eine endlos lange, also nicht endlos lange Folge, im Sinne von negativ endlos. Wir haben ganz schön viel geredet, beziehungsweise Josi hat viel geredet, weil sie mir sehr viel beigebracht hat und euch hoffentlich auch. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ich werde mich an das Thema mal ranwagen. Ich werde zurückberichten. Ihr müsst mir aber ein bisschen Zeit geben. Und bis dahin müsst ihr natürlich nicht auf uns verzichten. Es wird weitere Folgen von OBB geben. Jede Woche kommt eine. Einmal lang und in der Woche drauf kurz. Das sind Quickies. Da beantworten wir dann Fragen, die ihr uns, liebe Hörer, Hörerinnen, geschickt habt. Auf Instagram, auf OBB Podcast oder OBB unter Strich Josi. Da findet ihr uns. Schreibt uns da gerne. Die Nachrichten werden vertraulich und anonym behandelt. Lesen nur wir beide. Wir versuchen auch immer zu antworten. Gehen wir uns Mühe. Und ihr hört es derweil einfach weiter zu. Genau. Ich freue mich schon auf nächste Woche. Und wir wünschen euch ganz tolle Ostern. Ostereier. So ist das. Eier. Ihr sollt so albern. Ist bitte nie wieder Sinni Minis in der Früh. Mach es nicht. Ja, aber passend zu Ostern, meine lieben Sechshäßchen, haltet die Ohren steif. Lasst euch schön die Eier schaukeln, suchen und finden. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss. Oh yeah. Tschüss. 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 Tschüss.